Ok, so. Und jetzt haben wir wieder Tag. Jetzt redet auch nicht mehr Vincent. Oder Mond. Das redet Tom. Oh, es hat auch nicht mehr... es regnet auch nicht mehr. Und jetzt, äh, Bombe. Achso. Da haben wir wieder die iTunes. Ja, nix falsche. Oh, da gibt's jetzt so, überall. Die Straßen verlaufen, die waren wirklich voll. Ach, das war's. Da war die Spinne. Wow. Leider ist eine Spinne. Achso, dein Filch verlassen mich noch. Ja. Hallo, du Liebes. Liebes Ficken. Nein, lieb, lieb. Willst du was essen? Alter, wenn du dich nicht tötest. Ich geb ein bisschen zu essen. Hier, Dreck. Also, wir suchen jetzt eine neue gute Stelle fürs Haus, weil wir das Alter nicht mehr finden werden. Doch, dürfen wir noch. Leider werden nicht. Doch. Ich tu mal ein paar Kühe schlachten, solide. Nein. Alter, was ist das? Ja, gut. Okay. So, wir sollten jetzt auch richtig, richtig viel Holz... Ja, wir haben richtig viel Holz. Hallo, Döner. Was ist das? So. So. Jetzt gescheit, meine Damen. Wir haben jetzt richtig viel Holz. Wir können also ein richtig geiles Haus bauen. Wir bauen jetzt ein bisschen weiter oben auf den Berg. So, dass wir eine geile Aussicht haben. Mhm. Wir werden auch noch sehr viel Pistons anwenden, dann wird es richtig geil. Geil. Ja, ich weiß, wo er ist. Ja, ich hab ihn. Ich weiß ja zwar nicht, aber der sieht auch genau so cool aus. Ich verstehe. Das ist ja wahrscheinlich wirklich so. Geil. Du musst genau mehr nach Sprech saufen. Okay, dann suchen wir den bestimmten Hügel, weil der sah echt nice aus. Oh. Ah, cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Hey, das können wir auch noch machen. Dann alle Fäße. Ah. Dann wird es noch schneiden. Fail-Computation. Fail-Computation. Ah. Oh. Ach ne. Da kriegt man nur eine. Da müssen wir auch noch anfangen. Oh, wir brauchen auf jeden Fall. Oh, wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Dingsfleisch. Hä? Ich hab meinen Laptop seit eingekommen. Oh. Oh. Viele Pilz. Für eine Pilzfarm. Eine Pilzsuppe können wir danach machen. Oh, da können wir eine große machen. Weil wir rausgefunden haben, dass wir jetzt... Das Pilzfarm echt funktioniert. Ach, ich mach mal F3 weg. Das ist was so nice. Okay, der hat noch ein Pilz. Und die wachsen dann so nicht mehr halt. Und die Fliegenpilze hat man auch noch. Und die wachsen dann auch noch. Ja, können Fliegenpilze dann auch wachsen oder was? Kann man Fliegenpilze dann auch wachsen oder was? Kann man Fliegenpilze? Kann man die essen oder? Nee. Ja. Du brauchst ja alle beide Pilze für mich für den Pilz. Und dann musst du die schön braten, weil sonst die nicht ergeblich sein. Wow! Und wir haben... Keine Knochen. Ey. Komm einmal kurz. Too many. War ein Scherz. Alter. Wir machen jetzt einen Schnitt. Nee, ich weiß. Oh. Es sind zufällig Knochen auf den Boden. Woher kommen denn? Ja. 40 Stück. 64! Boah, was ganz eigenartige. Ja, man... Wie wie die Maus, Alter? Das sollte nicht sein. Ja, wo die Maus steht. Ich such den Volk, aber greif mich einfach durch so ein heiliges Leben. Wieso? Die Welfe sind verlost, ey. Ja, irgendwie... Boah, das sind voll viele, verdammte Scheiße. Ja, und wie krieg ich denn jetzt? Wann? Mit Holz? Toto. Toto? Toto? Ja. Äh, sind die da jetzt eigentlich immer? Also so auf der Ebene hier irgendwo? Oder verschwinden hier? Hm, das ist natürlich scheiße. Dann bräuchten wir irgendwie... Noch ein bisschen nicht finden. Ja. Denk ich auch noch. Morgen. 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 Wir stehen heute durch die Umfeld, oder durch die Umfeld gesessen. Machen wir gerne. So. Warte. Warte. Oh, ich glaub... Oh, ich glaub... Da hinten ist es. Ja, da hinten ist es. Perfekt. Da können wir dann gleich... Oh, hier haben wir eine kleine Wüste. Ist auch gut. Ich fand das cool. Ja. Ja. Wir nehmen ein bisschen Kaktus mit. Wir wollen ja irgendwas... Oh, yeah. Ja. Ja. Scheiße. Kacken. Ey, die Autos sehen auch cool aus. Was? Autos sehen auch cool aus. Hör mal. Das sind keine Zeichentwickle, die auf deinem Bildschirm sind. Ja. So, wenn wir den Kaktus dann haben, bauen wir ein richtig nice Haus oben drauf. Mit sehr viel Holz, was wir haben. Und dann verschönern wir das. Ja. 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 Das mit der Brücke sei echt... Boah, Alter. Da sind voll die geilen Stellen dabei. Ey, Leute. Die Welt hat ein Sieg. Die Welt hat am Anfang mir ein Buch gegeben. Ja, stimmt. Na, ihr könnt ja für uns ja schon mal die Diamanten suchen. Ich würd's nicht beschreiben. Ich würd's nicht beschreiben. Ich würd's für die Diamanten. Alter, das Schwein. Das wär nett. Das wär nett. Ganz toll. So, noch das Schwein. Wir brauchen noch... Wir bringen uns nämlich nicht um. Was? Was ich nicht mehr machen. Nur Koordinaten. Tada. Einmal ein. So, hier oben drauf bauen wir jetzt das Haus. Oh, ey, dahinter ist noch so'n Teil. Das war eigentlich der eigentliche Teil schon. Boah, das ist ja übel. Ey, das war das so. Das ist eigentlich schon mal. Boah. Geil. Alter, da oben bauen wir drauf und dann bauen wir... Oh, guck mal. Ey, ich sterb gleich. Scheiße. Boah, jetzt muss man noch da irgendwie hochkommen. Äh, naja, wir haben verdammt viel Holz. Ich brauch' Schaf, aber nicht mit Stämmen hoch. Nein. Ne, brauch'n keinen Schaf. Natürlich von der Schaf. Ey, wer... Wer ist grad zu dir? Ähm. Tom. Ja, wir müssen am Spielen, deswegen muss ich auch scharf gelesen. Wir können das ja schlecht sein, wenn wir nicht spielen. Ja, also schon. Ich komm' im Bett. Ja, was war'n wir hier? Blümchen. Ja. Für uns sind vorher Garten. Das ist so. Nein. Na, Tom, das war nicht ehrlich gemeint. Hehehe. Jetzt schau' mir das zurück an die Basel. Wie lustig, man. Wir hol' jetzt von hinten die ganze Schaf. Da sind vier, fünf, fünf. Was bringt dir Wolle? Ach, weiß nicht. Ja, tut. Vielleicht wird's vielleicht ein bisschen so als Dekoration, ne? Und außerdem wollen wir, was jetzt eben, die Baumwürger, Kintas, weil eine Deutschlandplatte, die sich die ganze Zeit schüttelt. Okay. Du. Selber. Oh ja. Wer ist noch des Schaf? Ladadadadadada. Komm, komm. Perfekt. Geben die alle nur eine Wolle. Ja. Und beide Brüste für ne Schere. Und dann weg noch mehr. Ja. So. Und da hoch. Und dann kommen wir zu dem geilen Teil. Aber es sieht echt nice aus. Was? Oh, nein. Ich glaube, es soll doch keine Flagge mit der Fäcke geschüttelt. Wenn das Geheben wird. Weil wenn das Video macht, wenn ich doch auch für mich, weil ich doch wieder auf Fiske gehen kann. Ja, stimmt. Nein, du musst ein Bild hinten dran. Boah, hier ist es... Und dann Minecraft-Männchen. Was ich für... Was die Aktien so zuckt. Machen wir hier mal... Minecraft-Männchen. Die ganze Zeit so die Aktien. Die Aktien. Die schulfern. Nein, die Aktien. Boah, ein bisschen Holz craften. Ach ja, man kann rechts... Man kann rechts und links Maustaste abwechseln drücken. Dann geht es schneller. Nein, geht es nicht. Durch gehts. Genau, würde es schneller gehen. Ja, weil du doch dann viel schneller die drücken kannst. Ja, du kannst beide gleichzeitig immer drücken. Aber abwechseln geht dir gar nicht. Du kannst vielleicht die eigene Null füllen. Nein, 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 kann man gar nicht. Kannst du nicht zum Fehler machen. Ja, ich weiß. So, hier machen wir jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir machen einen schönen... Nein. Kannst du mich jetzt mal kommentieren lassen? Das ist ja schlimm. Tja. Auf was zu legen... Ach Gott, äh. Ich störe das mal kurz um. Nein. Ist mir egal, ob es noch wird. Äh. Ähm. Warum? Wie spielst du? Das ist doch sinnlos. Warum? Was spielst du denn nicht so? Nee. Ich spiel hier schon so. Ach. Ich mach schnell ein Bett. Kann man hier einfach ein Bett bauen und dann... Oder soll ich hier zubauen? Ich hab' einen da gebancht. Ich hab' einen da gebancht. Dann haben wir hier einfach so ein Faust. Dann müssen wir nicht verzonnen. Oder so. Oder so. Gut, dann mach' mal so. 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 Oh, so viel? Nein. Hier haben wir Crafting Box. Dann tun wir die da hin machen. Dann machen wir da... Craft. So. Bett. So. Bett. Nichts fail. Nichts fail. Das ist doch ein Bett. Oh ja. Und jetzt legen wir uns einfach kurz schnell schlafen. Wie gehen wir jetzt, Tom? Du musst längst in der Fakke, der neben der... Ach Gott, Alter. Wie kann das sein? Na, scheiß drauf. Der ist wunder... Ja, immer... Es wird schon wieder verzieren, Tom. Nein, wird's nicht. Ja. Du bist so dumm. Weißt du noch, wo es war? Nein. Muss ich jetzt den Master Trick anwenden? Ach, scheiße. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Du bist so dumm. So. Nochmal alles neu. Gib's gleich. Ach nee, alter. Nee, kein Bock. Aber er sagt dir vorher noch etwas trotzdem. Ja, weil ich... Ja, weil ich... Ja, weil wir eh links wussten. Ja, weil wir eh links wussten. Du guck, da ist das nämlich schon. Und dann hier rechts. Da rein? Nein. Da rein? Nein. Und da dann... Ich bin auch von raus. Ah. Links, links. Und da ist es dann gleich. Ah. Ah. Ah, ja. Weiß. Sooo. Wir müssen... Nein. Das ist jetzt nicht richtig. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ganz viel Fudor. Sie haben Gefühle, Torben. Ja, ich... Nehm sie, ja. Aber jetzt regnet es so scheiße. Also werde ich ein bisschen lauter reden, damit der Regen mich nicht überträumt. Warträumt. Leise. Ja, aber die hören es nicht leise. Ja. Nein. Soll ich was zu dir leise drehen? Ich gehe kaum. Du hast recht. Ja, ok. Gut. Nein, da ist hinter mir irgend so ein Skelett. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Komm. Wahrscheinlich ist das vor dir gedacht. Ja, genau. Ich vor voll hoch. Ja, okay. Ja, wer hätte gedacht, dass das ein Schaf ist? Ja. Ein Schafe? Hallo. Oh, ja. Vierer Maschinen 2012. Ja. So, da oben hoch. Ja, komm. Da haben wir schon noch jetzt... Ah, ne. Wetten. Das ist runter geflogen. Nee. Komm nicht. Ja. Du bist so. Du bist so. Du bist so.